Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute mal FIFA World Cup 2018 in Russland. Ich öffne sie mit euch, aber irgendwie nervt mich die ganze Zeit. Was ist mit euch? Was ist das denn? Wir nehmen da irgendwie fest. Hier ist Anja. Und hier ist die Maria. Den habe ich schon. Ich möchte es zeigen, wie ich auch schon mache. Hier ist die Seite. Hier kann ich jetzt klettern. Hier kann ich jetzt klettern. Das kostet schon. Doch, das ist schon mal. Ich möchte jetzt aber den Künstl. Den Künstl. Den Künstl. Den Künstl. Den Künstl. Den Künstl. Ich möchte jetzt auch den Künstl. Ich möchte irgendwo haben jetzt Salahe. Eben eine Frostbär. Habe ich auch noch mal. Und hier endlich mal die erste Künstl. Oh. Cool. Was macht das? Da haben uns Herrn, in dringendcorchischen Promenade. Das hat auch Pal� und Leon. Oh, das war clock. Das steht in dringendor. Oh, die Baller, ich dachte, das ist auch die geile Strasse. Oh, ich bin nicht dran. Oh, die Bauer ist. Oh, ist das heftig? Oh, Marseille. Oh, die Bauer ist. Das geht schon hart. Oh, zum Glück. Und dieser, dann dieser, dann dieser und dann Australien. Und das, dann werde ich sagen, war es mit dem Video. Bis morgen. Ciao.